Was soll Rüstungsexporte nicht nur gestoppt werden sollen in bestehende Krisengebiete, wie man das immer so sagt, sondern Rüstungsexporte machen Gebiete zu Krisengebieten. Und deswegen müssen Rüstungsexporte generell verboten werden. Rüstungsexporte sind Beihilfe zum Massenmord. Wer Alpoghahn Rüstung liefert, wer ihm Flüchtlinge ausliefert, wer ihm Steuermilliarden gibt, sorgt dafür, dass dieser Massenmörder die Menschen verfolgt und massakriert, die stehen auch für unsere europäischen Werte, auch für gewerkschaftliche, auch für Frauenwerte.